Bringen Sie das Foto noch in der Abendausgabe? Ja, aber das wird nicht nötig sein, Chef. In irgendeiner Art und Weise hat es sich herumgesprochen, dass ein Hippiemädchen ermordet worden ist. Allein im Auftrag des ZDF für funk, MV und TikTok und Partei der Abendausgabe Atmeierst du die Abendausgabe, die Abendausgabe wird dann nicht. Sie blockstant und findet sie auf dem Abendausgabe. Dann könnt ihr es aufschneite, die Abendausgabe am 23.000 Uhr hinunter. Für die Abendausgabe warst du ein습니까? Alles sicher! Allein im Auftrag des ZDF. Die Abendausgabe am 20.000 Uhr hinunter Ja, wir wissen einfach zu wenig. Wir müssen mehr von den Mädchen wissen. Und wir nehmen uns Dr. Tucher vor. Der Mann interessiert uns. Wie haben Sie denn Karin Juncker kennengelernt? Oh, habe ich vergessen, Herr Kommissar. Hat sie immer lange Kleider getragen? Ja, sie war doch eine hippe Mädchen. Verschweigen Sie mir nicht, Herr Kommissar. Was soll ich verschweigen? Ich verschweige nicht, Herr Kommissar. Hatten Sie einen Streit gestern Abend? Ja, wir haben uns geschrien wie die Verrückt. Aber ich konnte nichts dafür. Es ist weggelaufen. Aber ich habe nichts durchgemacht. Ich war für süß. Ich war für süß. Ich war für süß. Ich war für süß. Vielen Dank.